Ich bin total nervös, also alle schattigen Stellen hat es schon erwischt mit Nässe und ich bin natürlich, es ist wie wenn das erste Baby so laufen lernt, man will nicht, dass es hinfällt und es ist immer holprig, wackelig, aber einfach sehr spannend, sehr nervös. Also Schauspielen fällt mir leichter, Musik aufnehmen macht aber auch Riesenspaß, ist aber trotzdem auch eine sehr komplexe Sache. Mein Lieblingssong, der mir wirklich mit am meisten bedeutet von allen, ist von Justin Vernon von Bon Iver, Ari Stax, von dem Album For Emma, Forever Ago. Kaffee, Wein und Bier, meist auch Weißwein, Rotwein zusammen gemischt, Rosé. Kann man nichts falsch mitmachen. Es waren zwei Momente, der erste Mai, da kam meine Tochter auf die Welt und der 14. Februar, da kam mein Sohn auf die Welt.